Leute, was geht ab? Wir sind zurück bei Stani Performance, meinem eigenen Autohaus in GTA 5 und hier haben wir eins unserer krassesten Autos überhaupt, Leute, und zwar der kommt in die Kategorie Stani Performance Drift, Leute. Das ist unser zweites Drift-Auto, was wir haben und das möchte ich euch einmal kurz zeigen, nämlich, das habt ihr ja schon gesehen, aber ich habe eine richtig geile Upgrade-Dings zugefügt, und zwar ich habe ein bisschen mehr Drift-Funktionen zugefügt und zusätzlich, Leute, hat dieses Auto, guckt euch das an, Leute, Reifenqualm. Ey, das war doch eine richtig geile Idee, die habt ihr nicht gehabt in den Kommentaren und guckt mal bitte, wie das aussieht, das sieht einfach richtig fresh aus und das Drift-Auto ist jetzt nochmal 20x cooler, meiner Meinung nach. Wir werden das jetzt aber erstmal parken und zwar, es ist wirklich sehr, sehr viel passiert und zwar, ihr wisst, Freunde, Max hat bei mir im Stani Performance gearbeitet und hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet und da habe ich gesagt, Leute, wir werden Max als Geschäftsführer eines Autohauses einstellen und das habe ich jetzt gemacht, Freunde, und zwar, ich habe ihn in seinem Video, vielleicht habt ihr es sogar schon gesehen, Leute, wer nicht, checkt auf jeden Fall mal Max sein Video aus, da habe ich ihn nämlich als Geschäftsführer eingestellt und der hat jetzt sein eigenes Autohaus, Leute, und ich will jetzt einfach mal vorbeifahren und gucken, was er schon da in sein Autohaus geschafft hat, vielleicht hat er ja schon ein, zwei Autos verkauft und habe neue Autos drin, das werden wir uns jetzt mal genauer angucken und dann werden wir heute King Crymax richtig pranken, aber das erzähle ich euch gleich noch. Und zwar, Leute, ich werde ein übertrieben krasses Auto, ich werde ein so heftiges Auto tunen, da wird Max niemals eine Chance haben und ich werde so als Unbekannter, also ich werde mich anders anziehen, werde anders aussehen, Leute, werde als Unbekannter richtig Stress machen und werde die quasi zu einem Rennen herausfordern und er wird, Leute, er wird weinen, er wird keine Chance haben, aber vorher werde ich ihm quasi so als Stani Performance noch sagen, dass er unbedingt das Rennen gewinnen wird, also das wird auf jeden Fall ziemlich lustig, seid auf jeden Fall gespannt und lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo da, Leute, um nichts zu verpassen. So, dann gehen wir mal rein, Leute, ich muss auch sagen, das Autohaus ist schon ziemlich geil hier mit der Werkstatt und so, das hat er sich schon sehr, sehr schön eingerichtet und da vorne ist er auch schon am Werken, ey, Max, was geht? Yo, Stani, was geht ab? Hä, wie, was ist das hier, nur ein Auto oder was? Ja, die gehen hier weg wie warmes Semmeln. Ja, okay, wow, der Wagen sieht aber geil aus, Leute. Ah, du bist hier gerade noch... Ja, das ist gerade hier mein neues Projekt hier, an dem ich hier arbeite, ja. Okay, du bist gerade noch am Tune und so alles. Ja, also das läuft hier wirklich, ich kann mich kaum retten, ein Auto ist fertig, wird direkt schon wieder verkauft. Ja, Max, ich sage dir nur, es gibt hier einen Typen in der Stadt, der war gerade bei mir gewesen, im Stati Performance Hauptautohaus, ne? Aha. Und ich will auch nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch hier für dieses echt geile Autohaus, ich glaube, da könntest du echt was Geiles draus machen. Äh, jedenfalls, das ist gerade so ein Typ unterwegs, der denkt, er ist der krasseste Rennfahrer überhaupt. Ah, okay. Der heißt, äh, Ferdinand Fuchs heißt der. Okay, okay. Und dieser Ferdinand Fuchs hat mich herausgefordert schon zu einem Rennen und ich habe den Platz gemacht. Bro, ich habe den gezeigt, wo der Hammer hängt, ich habe ihm gezeigt, was abgeht und so, dies, das, ananas. Und das Ding ist, es könnte sein, dass dieser Ferdinand Fuchs hier zu deinem Autohaus kommt. Ja, wie? Bro, und seine Masche ist immer, er will um Autos und um Geld fahren. Und das Ding ist, du musst ihn abziehen, weil der Typ hat nämlich auch... Kann ich das annehmen, oder was? Ja, ja, du musst ihn auf jeden Fall abziehen, Max. Deswegen, du solltest dir vielleicht ein bisschen besseres Auto besorgen, was ein bisschen schneller ist und was auch für Beschleunigung, Performance gut ausgelegt ist. Also, das Auto muss eine Mischung aus beidem sein. Sag ich dir direkt... Okay, ein Alleskönner. Ja, ein Alleskönner. Irgendwie ein bisschen was tun. Der Typ ist sehr, sehr heftig, also sei auf jeden Fall in Acht. Das Problem ist, wenn du das Rennen nicht annehmen wirst, dann wird er unsere Autohäuser in den Dreck ziehen. Dann wird er sagen, Stani Performance hat Angst vor Ferdinand Fuchs. Verstehst du? Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Ey, Stani, ich werde dir auf jeden Fall keine Enttäuschung zubereiten. Ja, ich hoffe. Ich wollte dich nur warnen, weil hier sind echt verrückte Leute unterwegs. Aber, ey Max, ich wünsche dir natürlich viel Glück und du hältst schon die Stellung. Wenn was ist, rufst du einfach durch. Ja, okay, alles klar. Ich werde mich vorbereiten. Tschüss, Stani. Yo, tschüss. Oh mein Gott, Leute. Wenn Max wüsste, dass ich eigentlich Ferdinand Fuchs bin, dann würde der wahrscheinlich nichts sagen. So, wir werden jetzt erstmal zu unserem Autohaus zurückfahren. Wir werden mal gucken, was wir für Autos da haben. Nämlich das Problem ist, Max kennt ja alle Autos aus meinem Autohaus. Deswegen müssten wir uns vielleicht ein eigenes und neues Auto zusammenbauen, was er noch nicht kennt. Und ich würde sogar sagen, ich will Max mal zeigen, was illegales Tuning ist, Leute. Und würde sogar ein Auto auf die maximale Stufe upgraden, um gegen ihn ein Rennen zu fahren. Und ihr wisst, Freunde, gegen illegales Tuning hat niemand eine Chance. Also, das geht auch zu doll auf den Motor, da der Motor könnte auch explodieren und alles drum und dran. Und deswegen, glaube ich, werden wir heute diese Schiene einschlagen. Wir werden mal kurz gucken, Leute. Hier haben wir unsere normalen Autos. Die sind ganz gut. Das Drift-Auto, das können wir eigentlich direkt mal mit reinnehmen, weil das sollte eigentlich im Autohaus stehen. Da können wir auch direkt mal reinfahren. Boah, ich liebe das Drift-Auto. Ich sage euch ehrlich, guckt euch das an hier. Guck um die Kurve hier. Boah, okay, ich muss noch ein bisschen driften über. Aber ich hoffe, dass irgendwann mal so ein Drift-Contest stattfindet. Und dass wir da mit unserem Drift-Auto hier wirklich punkten können. Das wäre übelst geil. Überleg mal, man kriegt so Punkte, wenn man um die Kurve driftet, perfekt und so. Und irgendwann wird es sowas bestimmt mal geben. So ein YouTuber-Drift-Contest. Warum nicht? Dann müssen wir nur überlegen, ob wir das Auto nehmen oder unseren anderen hier. Aber ich glaube, das ist definitiv bisher unser mit Abstand bestes Drift-Auto überhaupt. So, was können wir... Ah ja, Leute, guckt euch das an. Das Problem ist, wir haben schon die krassesten Autos überhaupt. Ich kann gar kein Auto mehr upgraden. Was soll ich upgraden? Bro, wir haben alles. Wisst ihr was? Wir werden uns ein komplett neues Auto updaten. Dafür müssen wir erstmal zum Schrottplatz fahren, Leute. Ich werde auf dem Schrottplatz ein geiles Auto mir besorgen. Und dann gucken wir einfach mal, was wir daraus machen. Und ich will das Auto wirklich... Ich will diesmal mit Tuning richtig übertreiben. Let's go. So, und weil das Auto jetzt erstmal nur ein Schrottauto ist, nimmt man natürlich nicht unsere gute Laderampe, sondern wir nehmen hier diese schlechte Laderampe. Und dann werden wir mal direkt zum Schrottplatz fahren. Aber diesmal fahren wir nicht zum Schrottplatz in Sandy Shores, sondern zum Schrottplatz in Los Santos. Und ich hoffe, dass da irgendwie einigermaßen was Gutes dabei ist, was man umbauen kann. Wir fahren ja sonst eigentlich immer zum Autohaus in Sandy Shores. Das ist mal hier eine gute Abwechslung, Leute. Guckt euch das an. Hier, Ratsbats, rein hier. Ich werde direkt den LKW parken. Boom. Hey, was geht? Moin, du kennst mich noch gar nicht. Ich fahre sonst immer in Sandy Shores zum Abschlepphof. Mein Name ist Stani Papon. Alter Uwe, geht's dir gut oder wie heißt du? Das ist mein Großkusan da in Sandy Shores, ne? Ach so, das ist Familie oder was? Ja, du, pass mal auf. Ich suche eigentlich ein paar Schrottkarren. Ich sehe, ihr habt ja auf jeden... Oh, was ist das hier? Ein alter Lambo. Nein, nein. Was denn? Nimm nicht dieses Auto. Ja, hast du ein anderes Auto? Nein. Wie, nein? Ja, was? Alles leer gekauft. Ja, Leute, guckt euch mal das hier an. Aber nimm bloß nicht den Lambo hier. Hä, was ist denn mit dem... Warum nicht? Der Lambo ist verflucht. Wie ist denn dein Name? Verflucht. Ich bin der Uwe. Du bist auch Uwe. Ja, Uwe, äh... In meiner Familie hätten alle Uwe. Ist hier jemand im Auto drin gestorben oder was? Schlimmer. Was ist schlimm? Was ist passiert mit dem Auto? Klär mich auf. Pass auf. Das Ding ist, der Mann, der junge Mann, der in diesem Auto verunglückt ist. Ja, ja, ja. Schlimmer als der Tod. Er ist... Nach dem Unfall war er nicht mehr der gleiche. Er konnte nie wieder GTA spielen. Was? Und wusste sein ganzes Leben lang, war er dazu verbannt, Fortnite zu spielen. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Nee, nee, nee. Erzähl, erzähl, erzähl. Er wird nur noch in Schwitzer-Lobbys kommen. Was? Okay, das... Das Auto ist ein Fluch. Und das war nur der erste Besitzer. Der Wagen wurde wiederhergestellt. Ein junger Mann kam, ähnlich motiviert wie du. Wollte den Wagen wiederherstellen. Aber auch er verunglückte. Er ist verunglückt mit dem Auto? Auch er ist verunglückt. Alle Besitzer bisher sind verunglückt. Und... Und... Das Schlimmste kennst du noch gar nicht. Er ist... Seitdem... Ist er dazu verdammt, bei McDonalds nur noch Salat essen zu können? Boah, ja, Leute. Dieser Uwe, Leute. Ich sage euch ehrlich. Ich glaube, diese Schrottplatzdüfte hier. Der Staub, der ist dir nur ein bisschen im Gehirn gestiegen. Keine Ahnung. Das ist für mich... Verflucht! Verflucht! Ja, kann ich das Auto denn auch umsonst mitnehmen? Weil sonst wirst du ja noch... Verflucht! 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 Bitte. Bitte nimm's weg. Ja, okay. Danke dir. Ich nehme mal hier den Gabelstapler, ja? Ja. Also kostenlos jetzt oder was? Ohne Geld? Ja. Nimm's einfach weg. Ja. Und du rufst nicht die Polizei? Nein, nein, nein. Bring dieses Ding weg hier. Ich muss weg. Ja, okay. Dank dir. Tschüss. Hey, Leute, Alter. Ich sage euch ehrlich. Ich glaube, ich werde wieder in Zukunft ins Handy-Shores zum Schrottplatz fahren, weil hier ist mir nicht geheuer. Aber immerhin haben wir hier ein absolutes Schnäppchen gemacht. Und zwar, wir haben hier einen verlassenen Müll-Lamborghini gefunden, Leute. Der eigentlich, muss ich noch sagen, relativ gut aussieht. Wir haben ihn direkt mal aufgeladen, Leute. Ich bin mal gespannt, was wir damit hinkriegen. Und ob wir das wieder reparieren kriegen. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin relativ zuversichtlich, dass wir hier ein cooles Auto draus machen. So, Leute, Auto ist aufgeladen. Wir sind bereit, zurückzustand die Performance und das Ding mal wieder so richtig schön aufzutut und ein richtig geiles Auto draus zu machen. Ich bin gespannt, um was für ein Lamborghini sich das da behandelt. So, ich sage euch ehrlich, mit der Security und so, die wir hier haben, die bewaffnete Security, fühle ich mich mittlerweile auch so sicher. Also, da kann kommen, wer will. Die werden den, ey, ich hoffe irgendwann mal, dass wir wirklich angegriffen werden. Ich sage euch Real Talk, überlegt mal, wir werden angegriffen und unsere Security wird direkt zack, 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 die alle fertig machen. Und dann haben die noch mehr Angst vor Stand, die Performance. So, wir müssen mal den Gabelstapler holen. Ich sage euch halt, so einen alten Auto zu restaurieren, ist immer ein bisschen aufwendig, weil wir die halt immer auf, abladen müssen. Die können nicht mehr selber fahren, wir müssen alles hinmachen, aber es lohnt sich natürlich, weil wir dementsprechend wenig Kosten haben. Es ist im Grunde schon mehr Aufwand, aber es lohnt sich auch der Aufwand, meiner Meinung nach. So, die Gabel einmal hoch vom Gabelstapler und, oh, 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 das war ein bisschen zu Dings, Leute. Zack, runter hier und dann können wir das auch direkt in die Werkstatt reinfahren und mal gucken, was wir damit machen. So, zack, Leute, wir stellen den jetzt hier erstmal hin, runter damit. Oh, das ist, Leute, was ist das für ein Lamborghini? Ist das ein Galado? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Also, ich glaube, hierbei handelt es sich um einen guten alten Oldschool-Galado. Leute, das ist ein richtig geiles Auto. Wir haben jetzt natürlich sehr viel Arbeit vor. Wir müssen nämlich das ganze Auto einmal komplett reparieren und auf Vordermann bringen. Ich muss sagen, der Motor sieht zum Glück, Leute. Guckt euch mal an, der Motor ist wie neu. Und das... Hallo? Oh mein Gott. Hallo, was machen Sie hier? Wer sind Sie? Dieses Auto sollte zerstört werden. Das ist doch zerstört, das Auto. Ja, für immer. Im Meer versenkt. Einbetoniert. Einbetoniert? Tun Sie mir einen Gefallen, junger Mann. Vernichten Sie dieses Auto endgültig. Sie müssen den Fluch brechen. Es liegt an Ihnen. Nein, hier wird gar nicht die Woche. Aus meiner Werkstatt bitte raus. Wollen Sie ein Auto kaufen? Nein, nein. Sie wissen nicht, wer ich bin. Nee, ich weiß nicht, wer Sie sind, weil Sie einfach in meine Stunny-Performance eingebrochen sind. Ich bin der erste Besitzer dieses Autos. Hä, und Sie spielen nur noch Fortnite oder was? Ich kann nur noch verschwitzte Lobbys spielen. Ja, okay. Alles gut. Auf Wiedersehen. Hier ist das Tor. Dieses Auto wird Sie zerstören. Sagen Sie mir nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ja, okay, Leute. Er hätte mich nicht gewarnt. Ist mir jetzt auch egal. Also, weiß ich nicht, Leute. Heute ist richtige Theatergeschichten hier, die mir da erzählen wollen. Ist egal, ich werde das Auto jetzt trotzdem reparieren. Ich habe jetzt nicht das Auto umsonst geholt, Leute. Die ganze Arbeit. Denkt ihr, ich mache hier alles umsonst? So, der Lamborghini ist repariert. Der Motor läuft schon. Das ist wirklich richtig geiler Wagen. Freunde, das ist natürlich hier ein alter Galado. Ist meiner Meinung nach natürlich, aber trotzdem noch ein sehr, sehr aktuelles Auto. Und das werden wir jetzt erst mal reparieren. Ich gucke mal, ob man hier ein bisschen was tunen kann, Leute. Wir können hier natürlich auch... Ah, okay. Wir können hier gar... Hä? Bro, das ist auch echt ein bisschen komisch, Leute. Guckt euch das mal an. Bro, man kann einfach hinten alles abbauen, dass man... Äh, 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 man kann sogar den Auspuff abbauen. Dass man bessere Kühlung hat. Hä? Was ist das für komisches Auto, Leute? Ich checke ja gar nichts mehr. Guckt euch, hier sieht irgendwie alles... Guck mal, hä? Man kann alles abbauen bei dem Auto. Also das habe ich echt selten, dass man hier irgendwie... Dach, Leute, warte mal. Hier passiert hier was beim Dach? Nee, beim Dach passiert gar nichts. Also das ist auf jeden Fall ein echt komisches Auto. Äh, ich mache mal damit kurz eine Probefahrt, Leute. Ich will mal kurz wissen, was der so ein bisschen performancemäßig hat. Aber ich finde, von hinten sieht der schon übelst brutal aus. Wisst ihr, warum die meisten Autos das haben? Ihr seht auch, da ist ein extra Fallschirm drin. Weil das anscheinend mal ein altes Drag Race Auto war. Und diese Autos sind so schnell, dass die abgebremst werden müssen von einem Fallschirm. Und in Dubai haben die hinten alles abgebaut, dass mehr Luft drankommt und die Autos besser gekühlt werden. Deswegen haben die halt die ganze Heckstoßstange abgebaut. Und das ist sehr, sehr selten bei Autos. Und deswegen... Boah, ich merke schon, der hat Power, Leute. Der hat wirklich sehr, sehr Power. Ich werde mal hier einen kleinen Test machen, Leute. Wir gucken mal kurz in... Oh, oh, okay. 6, 20 Grad, Leute. Ich werde mal einmal kurz beschleunigen. Ich will mal gucken, was das Ding drauf hat. Und das ist jetzt ohne großes Tuning. Bro. Wow, 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 Leute, was war das denn? Alter, was ist das für eine brachiale Kraft, die das Auto hat? Leute, wir sind jetzt schon... Guckt euch das an. Ohne Tuning sind wir bei 500, 600 kmh locker. Ohne Probleme. Wow, wow, Traktion ist nicht ganz so gut. Da bin ich noch nicht zufrieden. Da müssen wir noch ein bisschen mehr upgraden. Aber so ist es für die erste Tuning-Stufe schon sehr, sehr gut. Und ich weiß nicht, Leute. Also das Auto fährt sich ganz normal. Hier ist gar nichts komisch. Und... Leute, ich kann das Auto... Ich kann das Auto nicht mehr lenken. Ich kann das Auto... Hä? Ich kann das Auto nicht mehr lenken. Was ist das, Leute? Wow. Äh. Boah, irgendwas muss bei der Reparatur falsch gelaufen sein. Ich konnte den Wagen einfach gerade nicht kontrollieren. Ah. Wow. Alter, Leute, will mich das Auto umbringen? Äh, okay, das wird... Das wird echt gerade ein bisschen spooky. Aber ich glaube, wir haben vielleicht irgendwas bei der Reparatur falsch gemacht. Irgendwie... Äh. Ich dachte, ich konnte das Auto nicht mehr... Ey, das ist cool. Leute, das wird uns auf jeden Fall nicht in einem Rennen passieren, dass wir das Auto nicht mehr kontrollieren können. Das kann nicht sein. So, Leute. Also ich habe das Auto jetzt nochmal repariert. Und eigentlich war hier kein Fehler. Hallo? 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 Hey, ich bin der Geist des Autos. Hä? Okay. Was willst du von mir? Hör mich sofort auf den Mount Chilliard. Äh, Leute, warum soll ich das Auto... Chilliard. Leute, warum soll... Und sollten, äh, für Max sein Auto vielleicht ein anderes Auto uns besorgen? Ich werde jetzt das Ding einfach schleunigst auf den Mount Chilliard bringen. Und ich will gar keinen Stress mehr haben. Und ich will gar keinen Stress mehr haben. Gar keine Probleme. Junge, Leute, Leute. Mittlerweile ist es schon richtig dunkel geworden. Und ich sage euch ehrlich, beim Dunkeln fahre ich eigentlich nicht so gerne auf den Mount Chilliard. Oh, Junge, hört ihr die Gatt? Ist das das Auto schon wieder? Ey, das hört... Äh... Äh... Ja, ja, ja. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Aber, äh, dann lässt du mich in Ruhe, ne? Auto? Äh... Äh... Äh, okay, okay, okay. Gott, Freunde, was geht denn hier ab, ey? Ich will doch mit so'n Scheiß gar nichts zu tun haben. Oh, nein, 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 nein. Das fehlt hier noch. Hört ihr diese ganze Zeit diese gruseligen Geräusche hier und diese Schreie von diesem... Ich glaube, Leute, das sind irgendwelche Menschen, die wahrscheinlich mit dem Auto gefahren sind und gestorben sind. Und jetzt donnert es hier auch noch. Guck mal, bitte, wie... Oh, mein... Oh, mein Gott, das Auto wollte ich gerade gerade... Ey, 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 ich bin lau... Wow! Wow, 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 Leute, das Auto will mich jetzt irgendwie daran hindern, auf Mount Chilliard zu fahren. Was ist das? Oh, wow, wow. Ey, wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft, aber das ist gar nicht so einfach hier bei den Wetterbedingungen. Was ist das da hinten? Was ist dieser Ring? Oh, nein, 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 nein. Das Auto beobachtet mich, Leute. Guckt euch das an. Ey, das habe ich noch nie gesehen. Alter, ist das heftig. Okay, wir haben es jetzt geschafft. Ich werde hier einfach das Auto abstellen. Einfach das Auto abstellen und weggehen. Leute, so, wie es der gefordert hat. Leute, was ist passiert? Ich wurde vom Blitz getroffen. What? What? Bro. Leute. Was ist mit dem Auto passiert? Haben wir es weiterentwickelt, Leute? Waren wir das gewesen? Nein. Oh. Leute, was ist das? Was ist das für ein Wagen? Ach, du grüne Neune. Leute. Bro. Was ist das für ein Wagen? Kann der fliegen oder was? Oh. Oh. Äh. Das Auto kann fliegen? Leute, ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Aber, Bro, das ist irgendwie krank, was wir gemacht haben. Wir werden das jetzt erstmal ins Stani Performance Center bringen. Leute, ich bin gerade hier in der Stadt gelandet. Guck mal, wir können hier diese Flügel aktivieren und deaktivieren. Das Auto hat einfach eine Abgasanlage. Die habe ich noch nie gesehen. Und die Performance von diesem Auto macht wirklich einen sehr, sehr starken Eindruck. Ich habe keine Ahnung, was sich das hier für ein Auto handelt, Leute. Wie schnell das überhaupt fährt. Aber bevor wir jetzt gegen ein Crymax ein Rennen fahren, muss ich das auf jeden Fall erstmal testen. Also, ich glaube, das Auto haben wir jetzt hier neue Dimensionen erreicht. Ich sage euch den Real Rap. Okay, Leute. Ich fahre jetzt erstmal ohne Flügel und will wissen, was das Auto an Grundstärke hat und an Grundgeschwindigkeit. Das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig, um erstmal ein Gefühl zu kriegen, was bei diesem Auto überhaupt abgeht. Wisst ihr, was ich meine? Okay, let's go, Leute. Oh mein Gott. Ja, ja, vorbei. 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 Leute, das Auto hatte gerade im normalen Modus 1200 kmh. Ich probiere jetzt den anderen Modus. Ich probiere jetzt den anderen Modus. Ich bin jetzt gespannt, was passiert mit Butterfly-Modus. Drei, zwei, eins. Der Butterfly-Modus ist... Ja, wir waren. Okay, vorbei. Vorbei. Wir waren gerade bei 2400 kmh. 2400 kmh. Ich muss nochmal testen. Bro. Bro. Das ist... Leute, das ist... Guck mal. Guck mal. Äh, also ich sage euch ehrlich. Stadtsprung würden wir mit dem Auto locker gewinnen. Ja, das ist zu heftig, Leute. Das ist zu heftig. Das Auto ist wirklich andere Liegen erreicht. Ich sage euch ehrlich. Ich sage euch ehrlich, diese Special-Funktion von dem Auto dürfe auch erstmal keiner sehen. Wir müssen schnell rein. So. Und jetzt werden wir uns umziehen. Und dann werde ich jetzt mal Max einen kleinen Besuch abstatten. Aber nicht als Staddy Performance, sondern als Ferdinand Fuchs. So, Leute. So sieht doch ein Ferdinand Fuchs aus. Leute, der wird niemals herausfinden, dass wir Staddy Performance sind. Ich sage euch ganz ehrlich. Der wird sich eh auch über das Auto erstmal wahrscheinlich lustig machen, weil das so ein bisschen Anime-mäßig aussieht. Aber wenn der wüsste, dass dieses Auto Butterfly-Power hat, dann würde der wahrscheinlich komplett durchdrehen. Aber wir werden mal sehen, Leute. Ich bin mal gespannt, was er überhaupt drauf hat. Und das ist, denke ich mal, auch ein sehr, sehr guter Test, um iCrimax mal herauszufinden, wie der so drauf ist. So. Leute, wir müssen jetzt natürlich noch unsere Stimme ein bisschen verstellen. Ich gucke mal, ob er da ist. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, da hat er schon sein Rennauto getunt. Junge. Was hat er denn da getunt, Leute? Leute, wie krank ist denn bitte dieser Wagen? Okay, ich glaube, der wird nicht ohne sein. Black Panther heißt das Auto. Wow, 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 Leute. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Auto. So, jetzt muss man nur noch warten, bis er kommt und dann mal gucken, was er zu Ferdinand Fuchs sagt. Äh, Leute, ich dachte, der ist drinnen, aber der ist ja hier draußen. Äh, ach, das ist sein Auto oder was? Äh, moin, moin. Äh, moin, ja, wer bist du denn? Ich bin der Ferdinand Fuchs. Achso, Sie sind da, okay, ja, ich hab Sie schon erwartet. Ja, ja, und, ähm, ich würde gerne, ach, die haben mich erwartet. Warum haben Sie mich denn erwartet? Ah, Sie haben doch bei meinem Chef Stani mich rausgefordert. Ja, 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 okay, ähm, ja, gegen Stani habe ich ja leider verloren. Aber gegen dich werde ich gewinnen in einem Autorennen. Was werden wir dann sehen heute? Was hast du denn hier für einen Wagen? Ja, das ist ein extrem hochgezüchteter BMW X6M. Und da denkst du, hast du eine Chance gegen mein Auto. Willst du mein Auto mal sehen? Ja, zeig mal her deine Schimmelkiste. So, hier vorne steht der Wagen. Nichts Besonderes. Mhm, okay. Ist, wow, 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 ist nichts Besonderes. Okay, ja, sehr viel LED, aber... Nichts Besonderes. Naja, gut, okay. Und ein Rennen willst du fahren? Ich will ein Rennen um Geschwindigkeit fahren. Komm dafür auf den Flughafen. Wie, nur ein Track Race oder was? Nein, wir können auch ein Rennen um Performance fahren. Ich würde sagen beides, Performance und Track Race, hast du doch gesagt. Du musst doch kleines Rennen fahren zum Flughafen, mein Bester. Ah, gut, okay. Wer zuerst auf dem Flugfeld ist? Drei, zwei, du darfst los fahren, drei. Wow, 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 wow. Oha, Leute, Wax, dein Auto geht echt gut ab. Das Ding ist, Leute, wir haben natürlich unser Auto ein bisschen nur auf Beschleunigung getunt, Leute. Ich muss sagen, ich will ja jetzt halt den Butterfly-Modus nicht aktivieren hier für die Stadt. Das würde zu doll auffallen, Leute. Ich will nicht, dass zu viele Leute für das Auto Auge machen. Aber Max ist wirklich einen sehr, sehr krassen BMW getunt. Wow, 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 wow. Wow. Was Performance angeht, Leute, lassen wir ihn den Sieg. Alles entspannt, sage ich euch ehrlich. Soll er den Sieg haben hier mit seinem Rennen? Aber das Beschleunigungsrennen wird er niemals eine Chance haben, Leute. Junge, Junge, Junge. Jetzt wird er wahrscheinlich Hochwasser haben. Aber dieses Hochwasser werden wir ihn schnell nehmen. Wow. Das ist ja richtig langsam, Ferdinand Fuchs. Ja, ja, ja. Du hast echt ein schnelles Auto. Das ist ja super Performance. Der ist genau so schnell, dass er nicht ausbricht in der Kurve. Ja, ja, dann komm mal hier in die mittlere Spur. Ah, okay. Dann lass uns doch erst mal ein normales Beschleunigungsrennen fahren. Okay. Leute, ich werde jetzt das Auto auf eine Geschwindigkeit stellen von 700 kmh. Und ich bin gespannt, ob Max überhaupt über 700 kmh kommt. Und wir werden ja eh ein Best of 3 machen. Und dann werde ich den Butterfly-Modus aktivieren. Und dann hat er eh keine Chance mehr. Ja, wir machen Best of 3. Das heißt, wer zuerst drei Rennen gewinnt, hat das Duell gewonnen. Okay, easy. Drei, zwei, fall los. Und das... Ist da noch mehr drin in deinem Wagen? Ich habe noch einen Sport-Modus. Das war jetzt der normale Modus. Dann mach mal den Sport-Modus rein, mein Bester. Hey, Leute, jetzt müsste ich hier unbedingt was rausholen. Sonst würde Stadi wahrscheinlich echt enttäuscht von dir sein. Dann fahr mal los, Kleiner. Okay, Sport-Modus ist drin. Sag, wann ich los kann. Ja, fahr los. Du kannst los damit. Wow, wow. Oha. Oha, Leute. Bro, okay, das Auto war gerade deutlich schneller als 700 kmh gewesen. Jo, wie schnell fährt denn der Wagen? Ah, was sagst du jetzt? 1000 kmh ist der jetzt. Wow, 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 wow. Hä? Was ist denn das? Wow, wow, wow. Okay, dann lass uns das finale Rennen fahren. Gucken, wer das gewinnt. Das ist der Schnellste in der Stadt, okay? Okay, easy. Äh, was los, Kleiner? Fahr los. Let's go. Äh, langweilig. Junge, wie schnell war der? Leute, ich hab ja, Leute, ich hab dich mal komplett durchgedrückt, Leute. Ich hab dich mal komplett durchgedrückt. Wir wären sonst bei 2400 kmh, Leute. Das wollte ich Max nicht antun. Ja, tolles Auto hast du da. Das, da werde ich jetzt direkt mal Stani Performance anrufen. Ja, aber das Ding ist, was bringt dir ein 2000 kmh Auto, das man nicht fahren kann, hä? Ich hab auch andere Autos. Naja. Das ist eins. Oh Mann, Leute, ich hab dich da nie enttäuscht. Nein. Leute, 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 sollen wir in der nächsten Folge Max aufklären oder sollen wir ihn weiter pranken? Ich sag mal so, Max hat echt sehr krasse Arbeit mit seinem Auto geleistet, aber das Auto war natürlich auch absolut unfair, was wir hier gebaut haben, Leute. Diesen Butterfly Lambo werden wir auf jeden Fall sicher verfahren. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst Like und Abo da. Checkt gerne Max ab, Leute. Das war's gewesen. Tschö, bitte.